Warum hört nicht keiner? Ich bin da, Jungs. Achso, wir hören dich. Aber warum hört nicht keiner? Warum höre ich die nicht? Als Eldorst gestorben ist gerade, ich war alleine, ich war so nervös. Oh, der wog noch nur ein. Ich wusste das nicht, aber... Machen wir jetzt noch eine Runde, oder? Ja, ich bin gerade wieder reingekommen. Achso, es geht los. Das geht los. Das war's. Oh, okay. Der hat Sirene Rappenpfecht. Jeno, das ist ja schon tot. Junge, ich will doch durch, Alter. Einer hört zu. Ich hab Sirene vor Navigation gefunden. Für den Kill kann ich Umut decken. Und wer war noch grad mit mir in Electrical? Ich war das die ganze Zeit. Ja, stimmt. Also Micha war auch sehr nah bei mir, muss sagen. Boah, die gab's ja. Was glaubst du? Ich war auch bei dir in Admin und da bin ich zu Storage rüber, hab Tank aufgefüllt und danach war ich am Ende in Electrical. Ja. Okay, cool. Jaaaa. Mal, ich bin's angezucht. Kiki? Kiki? Wie kann man mich so rasieren? In Admin. Okay. Die ganze Zeit. Und davor? Davor war ich auf der rechten Seite. Ich hab in Koray Statement. Hört Willi uns? Ne. Malo, was für ein Statement? Ich versteh nicht, was du mal willst? Zu Kiki oder zu was? Hast du was gesehen? Digga, einfach mal was hier. Laufig erklären. Hey Leute, ihr hört mich nicht. Ey, korrekt mich nicht auf. Sag mal jetzt deinen Lauf-Fake und Willi halt die F***. Ich war im Admin, ich hab da meine Karte durchgeswiped, da ist auch Chiara reingekommen bei mir. Ähm, als ich hochgegangen bin zu Dings, zum O2 da. Ich weiß das nicht. Ich war auch da. Ich war auch da. Dann bin ich mit Chiara und mit Siren, dann bin ich reingegangen. Dann war Chiara mit Chiara. Okay, Gebur jetzt mal. Chiara am Augehalten. Ja. Home is wrong, mate. Ihh stimmt, Micha hat gar nicht gesagt. Oder? Doch, ich war ein Elektriker, hab schon gesagt. Ich wieder? Ja, wir hören dich die ganze Zeit, Junge. Ah, ich weiß an was es liegt. Mann, Gebur... Ich glaub das ich mal muted. Hier muss ich's machen. Jetzt, 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 jetzt. Ich hör's wieder. Ich weiß was ich machen muss. Eigenschaften. Junge, was ist mit dem? So, 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 so. Leute, hört ihr mich? Ich glaub man hört mich. Ich glaub man hört mich. Ja, ich muss meine Tasks machen. Ich ew. Das ist mein Tasks machen. Das ist mein Tasks. Aber ihr werdet ja auseln. Te reins werde mich mit dir dasPop, Leute, hört ihr mich? Junge, wir hören dich die ganze Zeit. Wir müssen jetzt einen wochen. Oh mein Gott, sind zwei weg oder einer? Ey, ich tipp sogar auf Willi. Ich war gerade mit Marlon zusammen die ganze Zeit. Die ganze Zeit? Ja, am Anfang natürlich nicht. Am Anfang habe ich halt Marlon gesehen. Jetzt, ich höre euch, ich höre euch. Jetzt halt Micha. Ich habe jetzt mal Micha gesehen. Ja, schön Willi. Ich tippe sehr auf Willi, muss ich sagen. Ich gucke in meinen Stream, Bruder. Hörst du uns jetzt, Willi? Ich schwöre auf alles, ich habe euch nicht gehört. Aber jetzt? Jetzt höre ich euch. Ich habe doch sogar vorhin Hallo geschrieben. Ich glaube ja auch, dass du dich hörst, aber trotzdem glaube ich, dass du das nicht hörst. Oh ja, das ist dein gutes Recht. Ich habe Chora gefragt, ich habe im Gang von Communications. War ein Zwei tot oder? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall von Starry zu schief in den Gang. Also ich weiß nicht. Willi, wenn der Bruder, wenn er jetzt so getan hat, das ist übrigens und dann Impostor ist, dann soll er die Runde gewinnen. Nein, ich habe einen Niesenstress. Ich hatte einen Wackelkontakt mit meinen Kopfhörern. Das Ding, jetzt hat er richtig auffällig gesagt, Digga, ich muss doch meine Tasks machen und so. Das weiß ich sehr. Das hat er nicht so gemacht. Umut, Umut, ich schwöre auf alles. Ich muss meine Tasks machen, weil wir gleich fertig sind. Ohne schwören. Ja, okay, dann... Warte, Kiki, Kiki hat sich wieder bedeckt. Ich bin, dass das aus Korall in seinem Mund kommt, aber nee... Wir haben nur noch 30 Sekunden. Kiki, was hast du gemacht? Ich habe einen Tank aufgefüllt. Also ich habe einen Tank gemacht, oben links, dann wollte ich den wieder auffüllen. Und jetzt habe ich noch einmal Kabel oben links. Ich muss noch einmal ganz rechts runter. War irgendjemand rechts? Wieder zu Lower Ending. Umut, was hast du gemacht? Ich war erst mal, boah, ich war ganz, ich, ganze Map, ich war erst mal, war ich ganz rechts. Hab bei O2 Aufgabe gemacht, dann bin ich komplett ganz nach links, dann war ich Mad Bay. Sonst war Kiara jetzt, also wir haben noch 80 Sekunden, wir müssen welche wählen. Kiara war dann alleine rechts, ich bin Kiara. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht mehr. Let's go, Alter. GGs. Ohne Sinn. Was hättest du? Let's go, mein erster Willi. Sinti, let's go. Hardy Boys, Hardy Boys. Easy, Upload, aber ich glaube, das ist geil. Und follow da. Drückt auf Like, ich bin der beste Impostor der Welt. Sinti, das war zu easy für uns. Die Hardy Boys. Willi spielt eine gute Rolle da. Boah, das war so nicht echt, man. Ich wusste, so krass. Hey, wie willst du das abnehmen? Ne, boah, es kommt raus. Ich habe es aufgenommen, mein Lieber. Ich habe es in der Piste gehabt, dass ich mir den hole. Wenn ich gelebt hätte, ich will. Jetzt mord ich noch meine Taten. Willi, waren die wirklich kaputt? Ja, die war wirklich kurz draußen, aber viel länger als gedacht. Also, sie war schon viel länger drinnen und ich habe immer weiter gespielt. Ich stand auch richtig lange rum und so. Wenn Willi die noch nicht gelebt hätte, ich hätte gesagt, es ist Willi 1000%. Ist Willi wieder drinnen. Das Ding ist Chiara. Gigi. Zittert so beim Reden. Ich habe ihr gar nicht geglaubt, Digga. Ich bin der Beste. Und Willi war so selbstbewusst. Ich bin der Beste. Ach, Sidney. Sidney hat auch einfach so gesagt, ich war mit Marlon und so. Meine nächste Aufgabe war so im Kopf, diesen Marlon wegmachen. Was will er von mir? Und so dachte ich, die ganze Zeit.